Wir können im Moment so viel sagen, dass gegen vier nach drei hier in dem Geschäft ein Brand ausgebrochen ist. Was brandursächlich ist, können wir im Moment noch nicht sagen. Die Ermittlungen laufen jetzt, das wird untersucht. Es ist so, dass die Personen, die in dem Gebäude gewohnt haben, weitestgehend heil herausgekommen sind. Eine Person hat möglicherweise mit einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Person ist leicht verletzt, nach bisherigen Erkenntnissen. Warum liegt hier so viel Glas? Ja, das können wir im Moment noch nicht sagen. Möglicherweise hat es eine Verpuffung gegeben. Die Brandstelle hier ist beschlagnahmt worden durch die Staatsanwaltschaft. Die Brandermittler werden jetzt im Laufe des Vormittags diese Brandstelle untersuchen und dann werden wir sicherlich klarer sein.